Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Heute haben wir eine Verheißung aus Jesaja 30, Vers 18. Und da lesen wir, doch sehnt sich der Herr danach, euch genädigt zu sein. Er sehnt sich danach, uns genädigt zu sein. Bald wird er zu euch kommen und sich wieder über euch erbarmen, denn er ist ein gerechter Gott. Wie glücklich können sich alle schätzen, die auf seine Hilfe warten. Die Verheißung hier ist, er ist dieser gerechte Gott. Wir dienen nicht irgendeinen, der so ungerecht ist, sondern ein gerechten Gott. Und das sollte uns ermutigen und auch, dass er noch sich sehnt, genädigt zu sein. Das bedeutet nichts anderes, als von seiner Seite hat er alles getan. Das Problem ist nicht bei ihm, sondern bei uns. Und wir können den nächsten Schritt machen und dann wird er das tun, was er verheißen hat. Jetzt wünsche ich dir alles Gute für diesen Tag und dass du einen schönen Tag hast. Machs gut. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020